BIGGEST FAIL OF MY LIFE Boah Oh nee, das war so behindert Sowas ist mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert Das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass jetzt sowas wirklich passiert ist Oh nee Der Fail war so behindert Oh nee Ohne mich jetzt zu wiederholen Ähm, ja, werde ich jetzt einfach irgendwas sagen, damit es nicht so langweilig wird Warte mal, nur ganz kurz Na, diese scheiß Kopfhörer, man Die sind immer zum kurzen Fallen immer von selbst raus Ja, und die haben keinen Bock mehr auf mich Ja So, nichts mehr blockiert Den Toad Das kann ja ruhig mit abgeballert werden Ey, wieso komme ich auf einmal nicht mehr so richtig mit Doggy Gott? Klar, was soll das? Ich will auch doch nur ein Item haben Mehr will ich doch nicht Okay, ich will auch den Gold Pokal Aber naja, ist egal Gib mir das Item Und was bekomme ich? Na, eh, wenigstens zum Blockieren, sag ich mal Für den eigenen Schutz Okay, baller mal weg hier Ich will den Menschen Hä, aber Leute Na, oh nö Double Fail Alter Ich bekomme kein Item Was ist los? Was ist los? Na Na Nein, gib mir ein Item Gib mir doch kein scheiß Pilz, alter What the hell? Ja, noch ein Pilz Vielleicht willst du noch was? Jo, ich hab ganz knapp noch Luigi überholt Wie episch Geil Aber es war nur knapp Das war nur ganz knapp Wie geil Okay Okay Mach mal weiter Okay Da haben wir ja gerade noch so Glück gehabt Nun denn Wir sind hier im Skygarten Haben leider kein Turbo Start Weil wir sind zu dumm dazu Aber egal Uns fehlt einfach nur ein scheiß Timing Den hab ich nicht immer Ich will Ja, danke Dann muss ich jetzt mit Absicht bremsen In der Banane Okay, okay, okay Also wenn ich mal Ippels behindert fahre Wie jetzt zum Beispiel beim ersten Rennen Mehr oder weniger Nicht beschweren Das liegt an der Skill Weil ich bin das lange nicht mehr gefahren Der Part ist ja auch ungefähr Der letzte Part Ich glaube zwar Part 12 Der ist ja auch vor zwei Wochen her Und das ist schon lange Ich glaube so lange Hab ich auch Marika Zupersöger Auch nicht mehr angefasst Okay, roter Panzer ist gut Mehr oder weniger Ich glaube ich könnte euch wenigstens Diese Abkürzung zeigen Auch ohne Pilz Oh tot man Was soll die scheiße Tot Hier Nein Die wollte ich nicht hinten abballern Ich bin doch kein Pilz Was soll der Scheiß Komm her Junge Ah nee Da war gerade die Abkürzung Bin ich blöd Oh tot man Nein Komm nicht her Komm nicht her Komm nicht her Komm nicht her Nein du Arsch Du bist du Geisteskrank Alter Bist du gestört Fuck ey Kacke Nicht zum Oh Wir müssen uns anstrengen Mann Junge Wenigstens hier in Turbo Start Danke Oh in Turbo Start Läuft hier nix Okay Das war knapp Ja Ich müsste Mein Fahrverhältnis Irgendwie Naja Mein Fahrverhältnis Ist für den Arsch Gerade irgendwie Im Moment Nicht ins Wasser Ach man Häft mich das gerade Nein Ach Mann Ja Überholt uns auch alle Oh scheiße Fuck man Nein 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 Ihr gilt beide Itemkästen Ja Genau Sehe ich genauso Nein Fett Genau Diese hessische Bananen Und kriegt Bausekritt Ein Fuck Jetzt bin ich Zweiter Noch mal ein bisschen Hier Fuck Fuck Ja Wenigstens zur Absicherung Sieht gut aus Also bis jetzt Erster Platz Aber es kann sich Noch viel ändern Außerdem Wollte ich noch Ein paar kleine Themen Eigentlich noch Sagen Das stellt mir Jetzt erst ein Obwohl ich das Sogar bei der Testabnahme Das sogar gesagt Oh Mann Wie peinlich Ist denn das Ey Okay Zum Glück Hab ich noch Die grünen Panzer Noch gehabt Beziehungsweise Hab ich immer noch Bis halt nur Einer weggegangen Und was Fail So arschklar Immer in Wow Oh das war Glück Das war Glück Ja Nein 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 Oh oh Nein 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 Luigi Luigi Alter Alter Wie geil Schon wieder Das war glaube ich Vorhin genauso High five Ah ne Der war schlecht Oh hier sind wir mit Tod Jetzt auch noch gleich Auf Oh Mann Das war shit ey Fuck Unbelievable Fuck Okay Also erster Platz Ist jetzt ein Muss Also ich muss erster Platz Werden Weil Inseiten Tod ist schlechter Als ich Dann könnte ich mir Irgendeinen Platz Verdienen Wo Tod schlechter Ist als ich Außer wenn Tod die ganze Zeit Zweiter ist Muss halt Die ganze Zeit Auch Muss halt auch Erster bleiben Mann Ja Ne Ich Geht schon Aber das bekomme ich nicht Weil ich so doof bin Dazu Ja Also Ja Ich könnte auch schon ein paar Münzen einsammeln Wenn ich auch schon fahre Dann brauche ich auch mal ein paar Münzen Oder Ich hab zwei Münzen mehr Hat er mal richtig Ich find's geht Was war das für ein scheiß Ich hab ja nur nach oben geguckt Oder sowas als Item kommt What the Lol Äh Das war grad geschehen Okay Muss ich das verstehen Mein Gott Also die zwei Red Shills Die lasse ich erstmal Weil das ist gut Weil Tod ist immer noch zweiter Aber egal Aber wenn er uns so übelst nähert Gebe ich in die Rottenpanzern übelst einsam die Schelle Ja näher uns ruhig tot Also ich hab da nichts dagegen Also du hast ruhig Fahrfahrt Ich kann auch gerne vielfältig bremsen Damit du Fahrfahrt hast Wir müssen mal kurz vor dem Ziel Den immer übelst hart wissen Ich leck mich doch Ne komm ruhig Ne ich bremse extra Das ist mir zu blöd Ist doch schon viel besser Ja Wir haben es ja doch noch geschafft Achso scheiße Ich wollte eigentlich nur noch was sagen Naja jedenfalls mache ich das jetzt erstmal zum Schluss Erstens ey Diese scheiß Hitze So allgemein Deutschland Ey das ist so übelst heftig Was sind's Okay 25 dann auch okay Aber dann so ab 30, 40 Grad Das ist schon ein bisschen übertrieben Oder Weil das ist so eine verdammte Abgefuckte Hitze Das ist doch nicht mal normal Oder Ernsthaft Das ist Ah Dazu sag ich sogar schon fast nichts mehr Weil Keine Ahnung Das ist Übermenschlich Schon fast Dann noch jedenfalls Wie gesagt Drauf geschissen Auf diesen scheiß verkackten Rang D-Rang ist mir Rille Hauptsache wir haben den Fuckin gott voll geil mal wieder Ja Dritter Zweiter Zweiter Erster 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 Okay So sah es aus Mit der Stategik Und noch als kleines noch hinterher Mit den YouTuber Und Anfängern Also Wie ich eigentlich so Sag ich mal Drauf bin Naja jedenfalls Ich bin nicht so einer Der hier Entweder abo geil ist Like geil Oder was weiß ich Geil ist Oder so Es freut mich nur Abonnenten zu bekommen Ja So Es freut mich halt mehr Abonnenten halt zu bekommen Das ist halt Ähm Leuten Meine Videos halt auch gefallen Das finde ich halt auch schon cool Wenn es halt meine Bewertung da lassen Oder so Vergiss keine Bewertung da zu lassen Leute Ähm Finde ich das halt schon richtig geil Das zeigt mir halt auch Dass Leute Wie gesagt Meine Videos auch Sag ich jetzt mal Normal Gut Finden Und Ja Also Mir fällt mir jetzt nix ein Sorry ey Ach Naja jedenfalls Ich bin jetzt kein Kleiner YouTuber Der jetzt irgendwie Geil nach Abos Oder Klicks Oder Also Like geil ist Oder so So einer bin ich nicht Also Nix Nix geil Und so Halt Und ja Und genieß das Wetter Haut rein Läu Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin